Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Jurointensiv. Mein Name ist Dirk Kühs. Ich bin bei Jurointensiv der verantwortliche Dozent für das öffentliche Recht in Hessen und unterrichte dort seit ca. 20 Jahren Referendarkurse. Heute soll es ganz grundsätzlich darum gehen, was einen im zweiten Examen in Hessen in den beiden Klausuren zum öffentlichen Recht erwartet. Das Ganze habe ich in zwei große Blöcke unterteilt. Zuerst werde ich erklären, welche Aufgabenstellungen in Hessen typisch sind. Im zweiten Block geht es dann um das materielle Recht, was also inhaltlich in den Klausuren geprüft wird. Vorab noch ein Hinweis. Hessen nimmt im öffentlichen Recht massiv am sogenannten Ringtausch der Justizprüfungsämter teil. Taktgeber dieses Ringtausches ist bekanntlich NRW, weil es dort die meisten Prüfungstermine gibt und folglich auch die meisten Klausuren benötigt werden. Das bedeutet, in Hessen ist in jedem Prüfungstermin wenigstens eine der beiden ÖR-Klausuren identisch mit einer ÖR-Klausur in NRW. Häufig sind sogar beide ÖR-Klausuren identisch. Wer die Prüfungstermine der beiden Bundesländer miteinander abgleicht, wird folglich zum Beispiel für das Jahr 2020 feststellen, dass die ÖR-Klausuren in Hessen und NRW immer am gleichen Datum geschrieben werden. Demzufolge sind die nachfolgenden Hinweise auf NRW übertragbar und damit auch für die dortigen Referendarinnen und Referendare interessant. Jetzt aber zum angekündigten ersten Block. Welche Aufgabenstellungen sind in Hessen typischerweise zu erwarten? Dafür werfen wir einen Blick auf die eingeblendete Auswertung. Es zeigt sich folgendes. In der ÖR-Klausur ist eine gerichtliche Entscheidung zu entwerfen. Urteil und Beschluss halten sich die Waage. Das heißt, beides ist mit 50%iger Wahrscheinlichkeit zu erwarten. In der ÖR-Klausur ist extrem stark mit einer Rechtsanwaltsklausur zu rechnen. Die Anfertigung eines Ausgangsbescheids ist im gezeigten Zeitraum nur zweimal verlangt worden. Die Begutachtung eines Widerspruchs war sogar nur einmal die Klausuraufgabe. Das dürfte mit dem erwähnten Ringtausch zu tun haben, da das Widerspruchsverfahren in NRW weitgehend abgeschafft wurde, sind von dort auch kaum noch Klausuren für den Ringtausch zu erwarten. Wir können also schon einmal als Erkenntnis festhalten, dass der Prüfungsschwerpunkt auf den gerichtlichen Entscheidungen und der Rechtsanwaltsklausur liegt, nicht hingegen auf den behördlichen Entscheidungen. Hinsichtlich der Rechtsanwaltsklausur kann darüber hinaus festgehalten werden, dass in aller Regel ein Gutachten mit Zweckmäßigkeitserwägungen und einem Schriftsatz an das Gericht bzw. bei mangelnder Erfolgsaussicht ein Mandantenschreiben verlangt werden. Mandant ist nahezu immer der Kläger bzw. Antragsteller, nur sehr selten die Beklagte bzw. Antragsgegnerin. Man hat es fast immer mit einer vorprozessualen Beratung zu tun, dass der Mandant erst kommt, wenn der Prozess schon läuft, ist die absolute Ausnahme. Die Anfertigung eines Sachberichts wird im Übrigen häufig erlassen. Konstellationen wie der Prozessvergleich, die Erledigung oder die Rücknahme eines Rechtsbehelfs treten nur sehr selten auf. Auch die Prozesskostenhilfe ist ein seltener Gast in den ÖR-Klausuren. Wenn sie kommt, dann werden nur Grundzüge verlangt. Das heißt, man muss wissen, wo die PKH zu sprechen ist und wie zu formulieren ist. Inhaltliche Probleme stellen sich ansonsten nicht. Schließlich noch eines. Die sogenannte Spitzklammertechnik ist in Hessen nicht generell zugelassen. Es ist aber festzustellen, dass sie in den ÖR-Klausuren in letzter Zeit verstärkt im Bearbeitervermerk für anwendbar erklärt wird. In diesem Fall darf bei der Abfassung des praktischen Teils der Klausur auf ganz bestimmte Passagen des vorherigen Gutachtens verwiesen werden, um Zeit zu sparen. Die Zulassung der Spitzklammertechnik ist folglich immer ein sicheres Zeichen dafür, dass die Klausur aus Sicht des JPA relativ umfangreich ist. Man sollte also aufs Gaspedal drücken und frühzeitig mit der Niederschrift der Lösung beginnen. Soweit zum ersten Block unserer Betrachtung. Kommen wir im zweiten Block zu den materiell-rechtlichen Inhalten der Klausuren. Deutlich am häufigsten war im Zeitraum 2016 bis 2020 das Polizeirecht Gegenstand der Klausuren. Im Detail wurden fünf Klausuren aus dem allgemeinen Polizeirecht, vier Klausuren aus dem Vollstreckungsrecht bzw. der unmittelbaren Ausführung und zwei Klausuren aus dem Versammlungsrecht gestellt, insgesamt also elf. Auf das Polizeirecht folgte das Baurecht, das insgesamt siebenmal geprüft wurde. Zwei Klausuren betrafen das Baugenehmigungsverfahren, drei Klausuren die Drittanfechtung und zwei Klausuren den Bereich Abrissverfügung und Nutzungsuntersagung. Soweit, so erwartbar, denn es dürfte allgemein bekannt sein, dass Polizeirecht und Baurecht im bundesweiten Vergleich am häufigsten geprüft werden. Weniger erwartbar ist für viele wahrscheinlich, dass direkt danach das Kommunalrecht und das Umweltrecht folgen. Kommunalrecht haben viele Referendar und Referendarinnen erfahrungsgemäß gar nicht mehr auf dem Schirm. Die denken, das hat sich mit dem ersten Examen erledigt. Tja, das ist ein Irrtum. Ohne Grundkenntnisse des Kommunalrechts ist es in den Flächenbundesländern schwierig, die bürtlichen Zuständigkeiten zum Beispiel im Polizeirecht zu bestimmen. Wer etwa in Hessen den Bürgermeister nicht vom Gemeindevorstand trennen kann, der kann auch die allgemeine Ordnungsbehörde nicht von der Behörde der allgemeinen Verwaltung abgrenzen und hat damit in den Polizeirechtsklausuren dann einfach ein Problem. Das setzt sich fort im hessischen Vollstreckungsrecht, da das einschlägige Gesetz davon abhängig ist, welche Behörde tätig wird. Es lohnt sich also durchaus, die Grundzüge des Kommunalrechts für das zweite Examen zu beherrschen. Thematischer Schwerpunkt in den Klausuren ist im Übrigen der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und die Befangenheit, also § 20 und § 25 HGO. Im Umweltrecht lässt sich hingegen kein eindeutiger Schwerpunkt ausmachen. Je zwei Klausuren betrafen das Emissionsschutzrecht, Naturschutzrecht und Abfallrecht. Eine Klausur beschäftigte sich mit dem Wasserrecht. Hier wäre es gut, sich den Gesetzesaufbau des Bundesemissionsschutzgesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes einmal anzusehen, mehr aber auch nicht. Die Klausuren betrafen eigentlich durchgehend Sonderfälle, auf die man sich vorher nicht vorbereiten kann. Vielmehr gilt es, in solchen Klausuren dem Aktenstück stets genannten einschlägigen Vorschriften genau zu subsumieren und dabei das Vorbringen der Beteiligten umfassend abzuarbeiten. Nach dem Kommunalrecht und Umweltrecht folgen in der Häufigkeit der geprüften Themen das Gaststättenrecht und Gewerberecht sowie, wohl auch für viele überraschend, das Beamtenrecht. Im Gaststätten- und Gewerberecht geht es vor allem um das Tatbestandsmerkmal der Unzuverlässigkeit, das ja auch zum Beispiel aus dem Waffengesetz bekannt ist und für die Prüfungen sicher beherrscht werden muss. Die Klausuren im Beamtenrecht betrafen durchgehend unbekannte Themen wie das Beihilfenrecht oder die Entlassung aus dem Beamtenverhältnis wegen einer Nachricht in einer WhatsApp-Gruppe. Es gilt daher das gleiche wie im Umweltrecht. Die Beamtengesetze des Bundes und der Länder sollten vom Aufbau her bekannt sein, damit man in einer Klausur keine Zeit damit verliert, dass man sich in den Gesetzen erst einmal orientieren muss. So dann ist das stets sehr umfangreiche Aktenstück ganz genau auszuwerten. Detailkenntnisse werden nicht verlangt. Die Prüfungsschwerpunkte ergeben sich aus dem Vorbringen der Beteiligten. Neben den aufgezeigten inhaltlichen Schwerpunkten kann es einem im öffentlichen Recht immer passieren, dass gänzlich unbekannte Themen wie das Melderecht oder das Hochschulrecht der Klausurgegenstand sind. Wie bereits gesagt, ganz genau auf das Vorbringen der Beteiligten achten. Es werden keine Wunderdinge erwartet, sondern eine genaue Subsumption dieses Vorbringens unter die einschlägigen Vorschriften, die in den Aktenstücken immer genannt werden. Ich hoffe, dieser Überblick über die Prüfungsanforderungen in den ÖR-Klausuren in Hessen hat Ihnen ein wenig geholfen. Vielleicht sehen wir uns ja mal in einem unserer Kurses. Würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Examen und den späteren Einstieg in den Beruf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017